Kursleitungen können sich genauso zentral über die Seite www.vas.cloud registrieren wie die Kursmitglieder. Viel einfacher ist es jedoch für Sie, wenn wir das über die KUFA-Schnittstelle erledigen. Dazu rufen wir einfach in der Dozentenübersicht den gewünschten Dozenten auf. Hier prüfen wir, ob eine E-Mail-Adresse im Dozentenstamm hinterlegt ist. Dann wechseln wir auf den Reiter E-Learning. Nun brauchen wir nur auf die Schaltfläche Account anlegen klicken. Im folgenden Bestätigungsfenster müssen wir uns entscheiden, ob wir einen neuen Account anlegen wollen, bereits ein Login vorhanden ist oder ob wir den Vorgang abbrechen wollen. Zum Erstellen des VHS-Cloud Login wird die im Dozentenstamm hinterlegte E-Mail-Adresse automatisch verwendet. Sind hier mehrere Adressen hinterlegt, wird automatisch die erste E-Mail-Adresse benutzt. Wir brauchen im Bestätigungsfenster nur auf Neu zu klicken. Sollte bereits ein Login bestehen, so wird uns dies mit einer entsprechenden Meldung angezeigt. Dann wird Outlook gestartet und nach einem Klick auf Erteilen eine E-Mail mit den nötigen Login-Daten an die Kursleitung versendet. Diese E-Mail ist ebenfalls bereits über die Einstellungen bei KUFA für unsere Volkshochschule personalisiert. Das erfolgreiche Anlegen des Accounts für die Kursleitung wird abschließend bestätigt und kann mit einem Klick auf OK geschlossen werden. Der Login-Name der Kursleitung wird hier angezeigt. Es ist in der Regel die E-Mail-Adresse der Kursleitung. Das ist in der Regel die E-Mail-Adresse der Kursleitung. Das ist in der Regel die E-Mail-Adresse der Kursleitung. Das ist in der Regel die E-Mail-Adresse der Kursleitung.